hallo und herzlich willkommen zu einer neuen verrunde tdd heute unter dem hashtag waschlappen mit dabei sind heute der heile der flag steve die ruby hallo ledig unser hashtag gründer waschlappen hallo die gute shira hallo bad boy hallo und nicht zu vergessen der sponnie und chris gold der der irgendwie spectator ist ja weil er vor kurz vor beginn ja unbedingt ein disconnect bekam okay und dann hätte ich mal gesagt die runde ist noch nicht eröffnet weil sie jetzt eröffnet ist waschlappen sollten wir öfters waschlappen ja aber da wissen ja gleich jeder dass es lapo ist wir bräuchten unbedingt so eine nütze und ruby werden alle drei was ja ja wir hatten übrigens auch ein paar scroll deshalb haben wir einen date und nur zwei traiter so wie ich das vermute ja das ist ziemlich madig ich gehe mal wieder einen scroll auf den sack ich bin froh dass wir es jetzt laufen lassen können gehen wir mal da rein ja es geht auch so also die schirer gerade in der proberunde schon mal ordentlich abgerockt als trainer geh mal da rein und drück mal auf den knopf ja weil die hälfte afk war so geh mal rein und drück auf den knopf nein weil wir einfach genial zusammengespielt haben nein weil die hälfte afk war so das weiß ich aber trotzdem auf unseren schuss und du kommst an also irgendwas stimmt ja noch nicht bondi okay vielleicht k.o.s heiler auch heiler und flike alles klar das wird schwierig heiler nicht flike ja ich meine okay ich habe nur eine mc10 also ich auch du kannst sogar mit einer mc10 snipen habe ich gehört mit der mc10 snipen ja manche schaffen das ja manche schaffen das und der flike meldet sich zu wort ja jetzt weil ich eh schon zu spät ausgerufen wurde von einem herren und spontan wie war das das ist nur die verzögerung naja vielleicht war es war das nicht so er war praktisch schon kalt als das gerufen hat sagen sie ich muss nachladen du hast ja mal echt einfach gemacht du hast badboy in den todesraum reingeschickt ich musste so lachen und ich konnte nicht lachen weil du pelner mich direkt umgelegt hast hättest du doch wenigstens gefasst und ich schieß zwei magazine auf flike und der lebt noch du musst immer schön die seitwärts bewegung machen ich muss ja sagen ich fand es sehr amüsant wie stevie versucht hat hier ding zu töten flagg zu töten weil er hat echt er ist hin und her gerannt wie ein irrer hat dabei die maus im kreis bewegt hat Muster in die wand geschossen jede pyramide die leute die leute also irgendwo blüfen sind scheiß dagegen vorbei ich hab keine waffe ich auch nicht ich hab ne huge na super was zählt denn bei dir meiner ist huge ach lassen wir das das ist alles eine lüge grisgold grisgold hans der war gerade oben der lappen ist bei mir der hat bulldozer aktiviert hey hey scroll der kauft sich denn auf der map ne gravel ok flagg ne blacked nicht flagg hätte was anderes geholt kopf hallo was habe ich denn gerade gesagt ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn Nein, ich hab ihn, aber ich bräuchte es. Hey, bist du Trader? Ja, entschuldig, ich töte immer meine Trader-Kollegen. Gib mir mal die Sachen hier. Er killt immer nur noch seine Kollegen. Wieso? Wo laufen wir nicht hinterher? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Sag mal. Ich hab schon wieder nur die Probleme. Vielleicht, du bist mal mein... Du tötest jetzt mal bitte Shira. Shira ist da. Du weißt schon, dass da grad jemand mit dem Trader weggelaufen ist? Ich hab ihn versteckt. Hier ist so ein Blut an den Wänden. Lauf dem Sponti hinterher, haltet den im Blick. Ja, ich mach das mal. Ich weiß, ihr mögt mich, aber ihr müsst mich nicht stoffen. Was am? Danke für die Heilung, Skrall. Find ich sehr nett von dir. Ja, du bist... Sehr heile. Lappen. Dich heil ich nicht. Hihihi, kennst du das? Sponti. Ich stand nicht weit genug vorne. Also wenn du... Nein, ich hab meine Dienge weggeschwissen. Wenn du ein Heal hast, vielleicht, dann komm her. Ich trottel. Nein. Ich bin nicht rein. Pass auf, hinter dir ist Ruby. Ja, ich weiß. Ruby ist Ruby. Ihr müsst aufpassen, ne? Ich hab Angst. Ruby. Was wollt ihr von der Leiche? Nee. Ich töne nicht. Und Steve. Ich bin da nur unten gelandet. Was ist hier alles rot? Ist er irgendwie Honig heute runtergefallen oder was? Tonig. Oh, der Lappen hat mich gerade voll erschrocken hier. Nee. Wie kamst du in den Raum rein? Habe ich gar nicht gesehen. Der Heiler. Ja, heiler ist es. Heiler. Wusste ich's doch. Good job, Jungs. Nice. Warum bin ich denn die scheiß Bulldozer angezeichnet? Weil der schon immer angezeigt wird, du Vogel. Wer ruft hier meinen Namen so komisch? Ja, boah. Da muss ich sagen, Chris hat richtig viel gefressen mit der Bulldozer-Amo. Ja, klar. Also ich hab komplettes Magazin Mac-10 gebraucht und dann noch zwei League-Schüsse. Der hat dann, ich glaub 300 Leben oder sowas. Echt? Geil, die kaufe ich's nächste Mal. Oder 200 Leben und die 30er Ammo. Oder 50er Ammo. Irgendwie sowas. Ammo. Nicht Ammo. Aber es wird halt angezeigt. Das ist halt der Nachteil. Ja. Das wissen sofort alle. Und du hast ihn auch getockt an. Oh. Oh Gott. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Langsam. Langsam. 100 HP unten. Jawohl. Ich bin 89. Nein. Nein. Wie ihr da stolz drauf seid. Meine Güte sind keine Kunst. Lass mich durch. Ich muss spielen. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Lass mich Arzt. Ich bin durch. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Das wissen wir an. Juuu. Bondi. Der Leid der Besitzlosen. Wasserspiele. Oh. Was? Hä? Bondi Strader. Der hat mich angeschossen. Oha. Ja und? Was geht das die anderen an? Sponti. Sponti. Das sollte unter uns bleiben, dass ich dich angeschossen hab. Das Bein gehörte mir. Das weißt du auch. Du hast jetzt nur geliehen. Ja ich war. Ich hab mit dir ja keine Waffen mehr. Das ist recht mäßig mir gehört. Abgeschossen. Ahem. Scryl. Ja. Ich will auch einen Shotgun. Dankeschön. Ich hab keinen. Shotgun. Oh ich will auch. Inzingeln mich. Ich will immer nur mit der blöden McKen und Shira. Hey Shira. Shira komm mal schnell her. Shira komm mal schnell her. Bitte. Tegel und McKen. Ich schieß dich auch nicht ab. Shira geh mal schnell in den Raum rein und drück mal auf den Knopf. Nein mach es nicht. Mach es nicht. Mach es nicht. Mach es nicht Shira. Du stirbst. Vorne noch eine Waffe weg. Schieß einen ab. Scrawl. 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 Jetzt hab ich schon darauf gewartet Scrawl wieder mit der Malian wegzumachen, wenn er sie da reingeschickt hat. Shira. 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 Like. Like. Das war so gut bei Badboy. Schieß mal in die Luft bitte. Warum sagt denn der Badboy eigentlich nichts? Was? Schieß mal in die Luft bitte. Achso. Badboy! Okay. Danke. Du bist nicht gemutet oder sowas. Hätte ja sein können. Aber man hört sowieso die Leute kaum aus. Ja. Doch. Stevie ist hör. Scrawl hat geschossen. Ja, aber ich hab auf Like geschossen. Ich hab auf Like geschossen. Ich hab auf Like geschossen. Ich hab auf Like geschossen das vollkommen in der Luft. Lappen, lass auf mich. Der Heiler schieß mal in die Luft. Wenigstens habt ihr jetzt gesehen, dass ich keinen Baby-Launcher habe? Sagst du, aber Chris kann deinen haben. Ja, Chris ist auch Trailer. Heiler, was sitzt hier hinter mir, Heiler. Heiler, 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 heiler. Da drei, hier sind Yala, eine, die haben die Buh. Yala lohnt sich nicht bei zwei Leuten. Da hinten standen bestimmt gerade acht. Das ist der Plan, wo es Stevie gemacht hat. Der Chris Gold, ey. Oh, hier sind alle. Hallo, hallo. Mit der Einhandwaffe? Wie kann man noch auch die Tür aufmachen? Nö. Komm mal noch hoch. Der Heiler ist es bestimmt. Baby lohnt sich bei dir nicht wahr, Leic. Ja, das war aber welcher Schritt weiter gegangen. Ja, da bist du aber, wer, wer, was ist da hinten? Heiler, was machst du denn? Warum planschst du da alleine? Plentsche, Plentsche? Gibt immer einer raufzuschießen? Ah, Flaik. Ja, ich töte Flaik. Du bist random Headshot, boom. 360, no scope. Wo ist er denn? Flaik? Ey, bad boy. Ja. Boom. Ruby? Ach, komm schon! Heiler, 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 bad boy. Wo ist denn der? Ich glaube der Flaik macht gerade hier alle weg. Oh, da liegt eine Leiche. Wo ist der Flaik? Bad boy? Gegen einen Schuss lang? Bad boy, schieß auf mich! Ja, du hast auf mich, du hast geschossen. Ich, nein. Hast du wohl, Clash? Nein, ich hab nur noch 22 Leben, ey. Flaik! Du Stück. Juhu! 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 Ich hab dir den Boden hoch, gescheucht! Oh, Mann, ich bin Dete. Schnell weg, Paul, der Bledding Traitor wird. Lapo. Ich werd nicht Traitor. So, wir warten mich jetzt erstmal mit dem Brecheisen. Ja, ich bin im Shop. Lapo ist im Traitor-Shop. Ja, mach mich weg. Los, er schieß mich! Er sagt Stopp, macht ihn weg, haut ihn um. Er schieß mich! Bad boy. Ja. Los, mach! Ich hab noch sechs Kapitel. Ich hab Angst vor dir. Ja, der Altmaulaktor. Pira, das liegt an seinem Namen, gell? Der Name ist einfach so richtig bad, he? Ja. So richtig bad. Bad. Bad boy, bad boy, what you gonna do when he comes for you? Fly! Du bist grad aufm Loch gekommen, in die Druckwaffe gelandet. Oh ja. Du weißt, du weißt, was er ist, Schwanti. Du weißt es. Pira, geh mal da rein und drück mal auf den Knopf. Moment. Okay, mach mal Diesel-Action. Du machst das immer noch. Was ist das? Mac 10 hat vorhin nicht so viel gebracht. Bring mal da runter, da gibt's was Leckeres zu essen. Na, Hilo ist bei mir. Ja, los, mach mal. Hilo und Lappen. Ich will's gerne mal machen. Timi! Warte, stell dich an die schubschig runter. Nee, dann. Wow, headshot. Hey, mal so eine Frage, was sag ich hier hinten? Bad boy, guck mal, wenn du da runter guckst. Tschüss, Junge. Guck mal nochmal da runter. Guck mal nochmal da runter, Bad boy. Ruby, geh mal hier links in den Raum rein. Du musst mal hier links in den Raum reingehen, Ruby. Der darf auf den Knopf drücken. Nein, geh ich nicht. Nein. Bad boy ist es, Bad boy ist es. Bad boy, das war schlecht geschossen. Ja. Ach komm. Zeit zu sterben. Bad boy ist es gewesen. Nein. Geh weg jetzt. Was weh. Herzlichen Glückwunsch. Wie heißt denn der hier nochmal? Scrawl is proven. Ich bin Dete. Wow. Geht's doch. Ja und? Ich traue dir nicht, bis du nicht einen Traitor umgelegt hast. Nö, nö, nö. Was ist denn das? Was machst du, Shira? Ja, was machst du? Ich laufe da runter. Ich zieh's in meine Richtung. Ist das gut? Ja, klar. Endlich. Das zeigt schon Angst. Oh, hier geht voll die Party. Was ist da? Ja, nein, nein, nein. Was bringt das hier? Was ist Gold? Was ist da? Ich sehe nichts, was hinter mir ist. Mich kein Problem bedroht. Fühlst du dich bedroht? Hä? Ein bisschen. Hey, jetzt klau auf Shira. Shira. Hilfe. Alter, gehst du da runter. Was geht denn bei dir, ey? Mati? Kill ihn einfach. Shira steht auf mich. Dete Hilfe. Ich hab dich gesehen. Wow. Lapp, Lapp, Lapp. Nein. Wer ist das? Wer ist das? War es Ruby wirklich? Die Sau. Weißt du? Ja. Ja. Meinen Kill? Oh nein. Nein, meiner. Hey, Chrisgold, was passiert, wenn man da hinten runter fliegt? Nein, doch, das scheiße war dein Kill. Ich gehe jetzt mal rein. Ah, okay. Was? Ruby, du hast Heide und Christa rumgelegt? Wann hast du denn das gemacht? Ja. Gut, ja. Bin halt gut manchmal. Perfekt. Bin auch. Ich hab dich doch die ganze Zeit gesehen. Wie hast du das gemacht? Genau. Sag das Ding gut. Geh auf. Geh auf. Leck. Geh auf. Leck. Irgendwie blutest du ein bisschen im Gesicht, hab ich das gesagt. Ja, dein Gesicht war nicht besser. Aua. De Hause ich kenne dich raus. Richtig gut, das ist richtig gut. Runde mit euch. Los. Runde hier. Jawohl. Du bist der Nächste Heimler! Du bist der Nächste Heimler! Nee, aber die Shira, die standen immer schon aus Dieben. Stevie lacht sich drum und stieg. Der kann nicht mehr. Der ist durch, der ist durch. Nee! Eine Insel und zwei Shira. Ich bin blau! Ja, das ist mir klar. Ja, aber was bist du für ein Spieler? Alter! Ich bin nur grün. Ich bin nur grün. Und ich traue Flyg nicht. Hier, den Glock! Oh Gott, da schießt jemand! Oh ja, der wird so hart zentral. Die Frage ist... Oh mein Gott, is he trying! Da war das! Flyg, lass mich hier holen! Ich schieß auf mich! Sprass! Natürlich war kurz rasiert. Ich brauche eine Waffe. Achso! Sorry, Scroll! Ich seh den bei zwei Leichen stehen und knall ihn ab! Ja, gut. Gut Job! Ich hab die Science Fox... Waschlapper Trader! Waschlapper Trader! Wenn alle weggehen würden hier... Und Ruby ist inno! Ey, das darf ich hier durch! Danke! Wo ist mein Sniper? Da ist mein Sniper! Boom, 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 boom! Heute hat man ein bisschen Sniper gespielt. Ich bewach den Waschlappen! Chira, was machst du beim Waschlappen? Schmeiß den lieber in irgendein dunkles, tiefes Loch! Knuddel! Mach ich! Ich... Ey, ich will... Ich will spielen! Nein, da liegt der Falsch! Oh, Stevie, lass mich hier in Ruhe! Warum? Ich will auch hier in Ruhe! Ja, aber auf in einer anderen Richtung hier rum! Wo sei denn schon neben die Leiche hin? Lappen! Der Lappen lässt sich ganz schnell hängen heute, muss man schon sagen! Nein! Nein! Chira, es kommt mit dem Traitor schon zu lassen, versteckt werden oder? Chira ist auf dem Traitor schon zu lassen! Ja, er kann sich aber auch leer gekauft haben, aber... Ja, er hat sich erst vorbei geworfen! Also halt, ne, also halt es dir gut zu! Nein! Kannst du vielleicht erst hören? Ich bleib einfach der Chira an der Pelle, dann wird sie mich irgendwann abknallen und dann wisst ihr, wenn ich nicht mehr da bin, ist sie Traitor! Und wenn du mich abknallst... Au, entweder der Lappen oder... Ich will euch hier lang und da ist genau bleibig! Ich werd das Ding nicht mehr los! Ponzi, du bist jetzt mein Bodyguard! Ja, war so gut! Bodyguard! Sponzi und Chira die Kuscheln die ganze Zeit... Wir lassen die mal alleine in diesem... Oh, na, 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 na! Was? Sponzi, schleich! Ja, ja, ja! Dann gibt da Sponzi... Was wird das? Ach, Gott sei Dank, ich bin jetzt los! Er hat nur... Wer ist das Bad Boys da hinter mir her? Ja... Der Sponzi... Der Bad Boy ist überall, merkt ihr das? Wo ist die Chira? Komm, wir gehen jetzt in den Kreis, Chris, komm! Ich weiß gar nicht, wo lange ich stehe, wenn ich ehrlich bin... Ja, egal in welche Richtung man läuft, man sieht immer das Gleiche... Gar nicht! Ich glaub einfach hin und her die ganze Zeit! Meistens, ja! Hi, Chira! Oh Gott! Warum bist du verletzt? Ja! Warum bist du verletzt? Hallo! Nein! Bad Boy! Da ist er schon wieder! Ich dachte schon! Ich sah nur eine Person! Ich dachte, das wäre... Halt wieder zurück! Flaik? Flaik zielt! Aua! Der Heiler! Ich weiche aus! Das ist ein Unterschied! Der Heiler wurde verletzt von diesen blöden Fallen! Mein Boy! Ja! Das ist voll die gute Position! Der Stiefel, ey! Der freut mich! Komm, Heiler, jetzt ist es langsamer Zeit zu sterben! Ja, genau! Ich drehe während du sagst, ich verfolge dich! Oder was? Bam! 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 Wer hat denn jetzt noch geschossen von der Spalte? Wer hat hier grad geschossen? Ich hab grad Heiler umgelegt! Ja, auf der Wand! Heiler war... Heiler war... Heiler war... Ich hab ihn umgelegt! Ich trau dir jetzt nicht! Hör's halt ab! Biss an der Wand! Ich hab ihn umgelegt! Super, ich kam auf Wunk, Kevin! Ich hab mich schon wieder verlassen! Ich bin einfach mal random in einem Raum, ich stand einfach nur rum und hab einfach mal... 41 Damage bekommen! Wann war das etwa richtig Spawn, da du alleine rumliebst? Sehr gut! Ja, ich darf doch auch mal allein rumlaufen! Shira? Mh... Nein, eigentlich nicht! Okay, du lebst noch! Klar, ich schieß mal in die Luft! Okay! Der Bad Boy verfolgt mich! Ich hab jetzt in der Zwischenzeit 3 mal wechseln können, die Waffe aber okay! Ich hab jetzt in der Zwischenzeit 3 mal wechseln können, die Waffe aber okay! Ich hab jetzt in der Zwischenzeit 1 mal! Nein! Äh... Stevie, bleib mal kurz stehen! Was willst du? Ja! Er hat eine Silenced! Was hatte er? Eine Silenced! Sein Schalldämpfer war zu lang! Es kam halt auch überhaupt keine Ansage von dir! Ich hab mir das aber auch keinem aufgefallen! Das hab ich komplett nicht gehört! Du musst lauter reden! Das ist keinem aufgefallen, oder? Aber es ist keinem! Wer hat mich eigentlich... Wer hat mich eigentlich noch aufgelegt? 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 Ich hab das in den Schatten an... Auah! 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 Warte, wer sind das? Das ist einmal der... Der größte... Der wird doch gleich wieder hergestellt! Die Shirashu! Das ist nein! Auah! Ich glaub ich hab gerade einen Goofy in der Hand! Komm Shirash! Wir müssen auch im Wasser landen! Ich wurde runtergekickt von irgendwen! Ja ja! Hätte ich jetzt auch gesagt! Das war eigentlich... Ich bin schon wieder grün! Dann crashst du an die Wand und... Das macht auch keinen Schaden! Das macht nur Schaden, wenn du auf dem anderen landest! Ich hab... Ich hab 27 HP gehabt, als ich unten angekommen bin! Die wurden an der Wand abgezogen! Nicht, weil ich nicht ins Wasser gesprungen bin! Ich weiß übrigens nicht, ob ich die Anzeige richtig verstehe! Entweder haben wir noch eine Runde, oder das ist die letzte Runde! Das ist jetzt die letzte! Das ist jetzt die letzte! Die letzte! Und ich war nicht einmal Traitor! Was für eine Katze! Gar nicht! Auah! Ich auch nicht! Ich war auch nicht Traitor! Ich war auch nicht Traitor und würde trotzdem... Ruby schießt! Was? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Der Heiler! Ja, aber du warst wenigstens mal einmal blau! Ich wär auch gerne mal blau gewesen! Die fuck geschossen! Ja! Wenn Madling ruft, dann wenigstens mal blau! Dann gönn dir doch mal was Gutes, Bleddick! Nee! Ich war nur von der blöden Falle verletzt! Wer ist das hier? Das hier ist der Waschlapin! Der gleich wieder seinen Saran Fox rausholt! Und sich instant ein Headshot abkassiert! Nein! Mit der anderen Waffe! Bin ich auch immer für den! Ja! Du hast zu schaden! Warte, warum schießen die auf mich, Chris Gold? Du schau auf mich geschossen! Ich hab dich doch noch mal getroffen, du Hermes! Lappen! Wir gehen jetzt einfach getrennte Wege! Ich hab Priya AP verloren! Bei dir bin ich aber sicher, du bist unsterblich! Schira, warum hast du auf ihn gezielt? Ich hatte mir die Cilens von Ruby geholt! Ich hab nur die Cilens von Ruby geholt! Ich hab nur die Cilens von Ruby geholt! Ruby du Böser du! Böde Ruby! Ich ne heilerste! ich glaube das gold ist trader der hat mich halb dauerung nein bledig ich will spielen bledig 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 da bleibt mir liegen heilt ruby finger weg jetzt rennen wir schon wieder zusammen hier um vielleicht noch ein schlag ja da wollte ich gar nicht meinen den granaten ich dachte du wolltest das verbrennen obi hat noch ein fahrern lassen so wo ist chris der hall in der pyramide ist schon ganz nett die schiraziert auf chris und auf mich und auf bledig was cool hier jetzt aber jetzt aber hier war mir war würde ich gar nicht würdest du mich noch heilen vielleicht ich habe gerade gesehen auf ihn geschossen aber ich glaube ich habe mich erwischt dass wir alles für waffen raus ich habe keinen bock mehr zu leben was verstehe und wenn es war ein bisschen verraten dass du die leiche da abgeknallt hast du siehst du sponty ich bin nie traitor ich war nicht einmal trader ich auch nicht ich weiß nicht was ist jetzt oder kommt vielleicht zwei mal dann war es ja so hätte ich mal gesagt vielen dank des zuschauen bei hashtag lappen tv so viel zeit muss man es steckt einfach bei allen vorbei und lasst einen daumen nach oben da ein schönes kommentar oder sonst was und bis zum nächsten mal türi tschüss